ich mache gleich ein song weiter keine sorge leute ich bin nur einmal kurz fertig um mischen das hat fleisch ist voll kalt meine hände sind eingefroren erreicht er nicht wahrscheinlich meine pfoten und waschen wegen der wütten wenn wir hier ein song weitermachen sollte nicht denken dass ich nur so schlafen musik hier ab auch so ein klassiker kann man natürlich auch super machen aber da ist man nach den drei minuten 19 auch kaputt aber da das ist jetzt ein guter vergleich finde ich das eine so super langsam entspannt und das hier geht das genaue gegenteil geht halt alles irgendwie was haben wir denn noch könnte man auch kann man sehr bunt mischen toxic bester macht schon spaß das hier liebe ich auch sehr ich bin eigentlich sind gerade gar nicht das was ich gesucht oh gott meine liste ist ja noch viel länger habe ich gar nicht gesehen zu dem song hatte ich sogar schon mal im pull dance kurs eine choreo also das komplette lied nur richtige choreo und nicht spontan irgendwie improvisiert ist auch interessant aber ich habe noch 22 zeige ich euch noch die liebe ich auch ich mache mal so wenn man da so sachen bei hat die eine gute mischung direkt beinhalten wo man so akzente setzen kann wie beim gitarre spielen und dabei den songs teilweise passagen wo man akzente setzen kann wo man einfach mal drauf kommen schon cool ich kenne die hilfe gar nicht mehr geht zu viel hilfe das könnte man auch machen das lasse ich jetzt an das macht jetzt habt ihr mich wieder so rausgebracht ich habe die machen es nicht rausgehauen guter geschmack das matcht meine playlist ganz kurz dann versuche ich bis dahin man kann ja irgendwie einführen welche songs gerade laufen ich weiß noch nicht wie aber ich versuche das bis dahin mal einzuführen hier muss ich mich mal schlau machen oder wenn du weißt wie dann immer raus damit oder wenn du weißt wie dann immer raus damit aus meinem polen ins kurs irgendeine choreo nehme und die auch noch mal aufgesche und vorbereite und dann dann ganz auseinander geht über den bot mit song ich weiß aber nicht wie und welcher bot ja gut ich glaube ich frage einfach mal irgendwo im stream wenn ich das irgendwo sehe das habe ich kürzlich erst in meine liste gepackt ist auch wieder ein flotterer song habe ich noch nicht ausprobiert aber der reizt mich extrem rezepte folgen wieder oder sollte ich mein bett aufsuchen rezepte folgen auf jeden fall keine sorge ich weiß ich verquatsche mich immer ein bisschen aber wäre auch ein bisschen langweilig wenn ich einfach nur wacke ganz kurz und knapp ich hoffe wenn ich gar nicht quatschen würde nur backen würde oder kochen würde wäre ich in einer stunde schon durch ganz mutig schon ausgesprochen perfekt auf einzelner und ich finde es ist hübsch